äh, ja... großen Dreckweg siehst, da bin ich, ne? Mhm. Da lauf ich drüber, das ist mein Catwalk. Mein was? Was ist dat denn? LOL! Hab das jetzt gesehen? Was ist denn dat? Keine Ahnung! Dat sieht aus wie, äh... Ja, ähm... Du kennst doch dat blaue Pokémon, was Wolken um sich drum hat, ne? Ja, glaub schon. Ja, so sieht dat aus, nur dat hat Wolkenflügel. Oh, Wolkenflügel. Ja, und irgendwie so'n... Rotom-Schwand, so, so'n bunten, dat sieht richtig Mongo aus. Ach, warte, ich komme. Ja, also noch kann ich's gut polen, ne? Ich weiß nicht, wo dat herkommt, dat war mit einmal da. Wie gesagt, wenn du so'n Dreckturm siehst, versuch dich da hochzubauen. Ey, dat macht aber auch gut Damage, ne? Was denn? Knife? Outlines to this Vieh. Ja, ich beschiss dat hier mit Bogen. Mit Pfeilen, meinst du? Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Mit Bögenbeschießen, das wär Verschwendung. Oh, Lammus! Lammus kommt! Oh, das Schlimme ist ja, dass die Viecher neu spawnen. Das kotzt mich mega an. Ja. Na, hm? Ich weiß nicht, wie dat Vieh heißt. Was ist dat Schlimmste? 60 Pixel nur noch, ne? Lade, ich beeil mich, gib mir Mühe. Blitzmongo! Beilen wär gut, ne? Ich hab' erst die Hälfte von dem Vieh down. Au. Leda! Ach, hier war die zerbombte Stelle. Warte, ich komme. Ja, ich seh, dein Damage ist gut runter, ne? Oh, oh! Eulen, die aggressiv sind. Das Vieh ist down! Was dat denn? Was hat, was hat jetzt gedroppt? Was dat denn? N' Hammer! 14 Schaden macht er! Ich hab' ne neue Waffe! Ey, komm, du Lacker! Er kriegt direkt die OPste Sache. Ne, ist ein Zweihänder. Ups, Alter! Ja, aber trotzdem, 14 Schaden, ey. Willst du meine alte Waffe haben? Jo, bitte. Ich bitte da rum. Oh, oh! Ich bin verpufft. Verbrannt. Ich find' die Waffe toll. Da war ne Feuerspeyer. Soll ich wieder zurückkommen? Ne, bleib da, ich komm, also... Ich komm zurück, ich bin zurück. Ich will dir meinen Bowie Nelf geben, weißt du? Ja, entgeben kommen einfach nur, weißt du? Wir kommen uns entgegen so, weißt du? Jetzt, äh, wieder an der Base. Hey. Achso, leider bist du ja gekommen. Ähm, guck dir mal dat an. Nein! Gib mir den Bowie Knife, bitte! Wie geil! Wie ist dat Bowie Knife? Aber wie episch, ne? Wie viel Leder hab' ich? Sieben. Scheiße. Hast du noch Leder? Ja! War's eingesammelt. Dann lass mir jetzt nach rechts gehen! Ohne Witz! Äh, ne, nach links, weil du weißt, was ich mein. Ja. Ähm... Hier, Leder, warte. Ich pack's oben in die Kiste rein, warte. Ne, gib her, gib her, gib her. Ich kann das doch nicht mehr mit dem... Hübel wird wütend! Oh ja. Hab ich's gedroppt? Ja. Hab ich? Ja. Ne, ich hab's nicht eingesammelt. Nein, nicht mein Schwert. Warte. Immer dieses I hier. War grad mal ein Leder, ne? Ja, ich sag's doch, ich hab' nur eins. Was? Machen wir dir jetzt erstmal ein Helmchen. War dir? Dir? Ich hab doch schon ein Helmchen. Achso, dann gib mir mal eine. Ja, warte, was für Helme kann ich mir denn machen? Du kriegst jetzt den Helm hier. Ja! Gross Style! Los! Ja, ich muss hier erstmal schmelzen. Achso, ich hab auch noch Iron Ore gefunden. Oder Kupfer oder so, warte mal. Lass mich erstmal das Gold schmelzen. Genau, Copper. Iron, Iron ist am wichtigsten. So, jetzt aber ein Goldbarren. Ich hab hier Kohle, ne? Aber hier unten sollten wir wirklich nur das Wichtigste aufbewahren. Wie zum Beispiel unsere Ohre und so'n ganzen Scheiß, weißt du? Naja. Nimm mal hier das. Ich nehme die Iron Bars mal raus, nicht wundern. Oh, man kann bis zu 1000 hochstacken. Also doch bis 1000 dann ins Schluss. Jo, na jetzt 1000 geht nicht. Hab jetzt nämlich 1000 Sand bei. Ähm, hier unten, lass mal hier unten in der Kiste bitte nur, äh, Iron Ore, Iron Bars und so halt. Und die ganzen Kopperscheiße und so, weißt du? Mhm. Halt alles was wir schmelzen können und so. Ja, da unten. Gold haben wir auch schon krass. Ja, dann wollen wir nach links gehen? Ich weiß nicht. Was hast du denn da mit der Tür, ey? Du viel gewaltiger. Mhm. Äh, ich muss hier oben jetzt erstmal kurz einsortieren, ne? Ja, ja. Ach, ja, sortieren. Scheiß darauf. Ich hab was zu essen. Na, 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 na. Fieb mich noch bei, Aschevlog. Ich kann hier was zu essen gehen, wenn du willst. Blopp. Ach, ich hab noch. Erstmal 600 Dirt wegpacken. Okay, Kiste voll. Sag mal, kennst du die Gamerhymne 3.0 von Ranzratte? Die was? Die Gamerhymne 3.0 von Ranzratte. Die was? Die Gamerhymne. Die Gamerhymne. 3.0? Ne, aber ich kenn sein, äh, Battlefield 3 Sound-Weapon-Video, genau wie er aus BF4 hat, was er gemacht hat, was ich total episch finde immer. Ja, also, die Gamerhymne von 3.0, ne, ist mega krass gut. Also wirklich, der hat alles selbst gemacht, ne, Sound, alles von ihm ist finde ich mega gut. Genau. Hört sich auf jeden Fall mega geil an, auch schon wieder hier die scheiß Lamus. Ja, geh mal, geh mal klatschen, ne. Bevor ich da mit meinem Knochenstab hochkomme. Ja, hab ich so'n fetten Knochenstab. Ich versuch halt, ich hab... Wisst ihr, ein so'n Vieh, wenn mich das einfach berührt, ne, krieg ich die Hälfte meines Lebens weg. Loy. Ja. Und bin gleich tot. Boah, grad so überlebt, grad so. So, ich hab jetzt alles. Make Leader? Wie Make Leader? Wie Make Leader? Nämlich zum Anführer befördern. Würdig aber nicht. Wollen wir das ausrambolen? Was? Ja, ich, ich schlag dich mit meiner Waffe und du schlägst mich. Gucken wir überleben. Geht der nicht, geht der nicht. Ist ja kein BVP. Kübel wüten. So, da, mach mal, mach mal, hopp, hopp. Tot. Boah, instant. Warte auf mich. Tot. Oh, da unten ist ein Vieh. Warte. Wie du, wie du selbst in der Luft schlagen kannst. Alter. Wie er übertreibt. Du, du machst so, du schmeißt so, so Rauchknochen, ne? Knochen. Hm, krass. Komm, egal ob's dunkel wird. Ich leuchte dir den Weg. Oh, oh. Ah, komm, komm. Ein Hit hast du schon. Zwei Hits. Ja. Ja. Vorsicht. Da. Ein Hit. Wie er... wie er erstmal so'n krasses Ding findet, ey. Ich musste dafür ja auch so'n Vogel legen. Ein Wunder, dass du das geschafft hast. Hast du Licht? Ich hab kein Licht. Ich hab kein Licht. Ja, aber ich leuchte dir doch. Ach, kannst du damit Sachen abbauen sogar? Ja. Muss ich nur... mehrmals auf den Boden schlocken. Vorsicht, da hab ich ja so'n Magma. Na, Vorsicht. Was hat das gebracht? Irgendwie kommen ja keine Viecher mehr. Achso, Rückstoß. Die haben... Oh, oh. Z... Ah! Er legt gar nicht Marni mit ein. Mit zwei Hits. Ich werde sie wenn du einen direkten Treffer... Ey, ein Windstoß. Vorsicht, ein Windstoß. Oh, da oben. Mach in der Luft. Alter! Tot. Ich mag die Waffe. Warte, 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 warte. Alter! Warte mal, ich schlag mal hier einmal gegen. Was? Das ist ja voll die Pharma-Waffe. Ja, aber auch nur bei dem Sand hier. Ja, ja, klar, ne. Vorsicht. Schönen langen Sprung. Er macht... Er baut instant einen Weg. Ja, okay, ist okay. Also, skillen kann man hier nicht. Find ich aber auch ganz gut so, weil mit so ekligem Skill-System. Ich brenne, ich bin tot. Muss ich warten? Ja. Ja. Nee, nee, geh mal weiter. Mal gucken, wie weit du mit dem Hammer kommst. Yes, yes. Eisen. Du wirst nachher diese Festung sehen. Da ist irgend so eine Magel... Ja, ich warte auf dich. Ich will nicht alleine zur Festung. Irgend so ein Typ mit einer Knarre. Ich mach heute durch. Oh man, das Lied. Das ist ein Ohrwurm, ne? Ich geb mir Mühe zu überleben, bis ich bei dir bin, ne? So weit bis dann... Ja, Leute. Sorry, das wird jetzt die anderen auch in den selben Weg laufen, aber anscheinend geht's anders. Ancheinend geht's nicht anders in diesem Spiel. Oh Gott! Boah, er bombardiert mich. Oh, oh, oh! Zwei von den Dinosauriern, die aber friedlich sind. Geil! Renn durch zur Nord. Hab ich schon. Du weißt ja, ich hab ne End-Epic-Waffe, ne? Du hast den Knochen der Gerechtigkeit. Ne, das ist das Bildungswesen der Gerechtigkeit. Bildungswesen? Wieso Bildungswesen? Das weiß ich nicht. Weil ich damit bilden gehe. Oh, oh! Gag-A-Boah! Karnimani! Das ist ein Karnimani und kein Gag-A-Boah! Er ist Aggro! Ja, ist klar. Das wurde nicht gefüttert. Ich krieg ihn! Komm, komm! Kommst du jetzt mal? Ich wollte grad Kupfer ab. Hab ihn. Zack. Ich endlich auch. Ich sterbe jetzt nicht. Warte, Kübel, ich bin gleich da. Warte, 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 warte. Hab ich gar nicht geworfen. Schade, dass DxTory hier den Mauszeiger nicht wegmacht, weil ich find den im Video bestimmt ein bisschen nervig. Ach, ich find die Mauszeiger hier total episch. Nein, jetzt im Netz zum Spiel nicht, aber für die Zuschauer so, weißt du. Die Maus halt. Weil D, weil mit DxTory kann man nicht ausbilden, ist ja eigentlich auch... Ach, dann bist du ja schon. Ist ja auch in jedem Spiel so gewesen, aber jetzt in dem hier ist es nicht so. Wo bist du? Ah, oh, lol. Hallo? In meiner Hobbit-Höhle, komm rein. Hast du eine Lichtquelle hast, du hier? Ja, ein Lagerfeuer. Ja, ein Lagerfeuer. Danke. Müssen wir mitnehmen. Ja, dann nimm mit, komm. Aber warte. Wir müssen weitergehen. Hey, was denn jetzt? Achso. Komm. Hey, 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 hey. Sonst werde ich wütend, Alter. Ich sag's dir. Äh. Oh, oh, da. Geplättet. Gut. Ja, doch. Oh. Oh. Wie Hardcore. Einfach mal so'n OP-Hammer. Also entweder war es mega-lack, dass das Vieh das gedroppt hat, oder es lag daran, weil das Vieh halt wirklich schwer. Ja, das meine ich doch. Gucke. Sniper. Tot? Aber nur 6 Schaden, ne? Also. Versuch mal, in den A-Kampf zu gehen. Guck mal, da kommt der... Der Bandit. Wurde halt gelb getroppt. 105. Was ist das denn hier für eine Banane? Ja, genau. Guck mal, was ist das hier? Da warte ich, wie ich die Statue mitnehme. Geht das? Ja. Geht. Guck mal, hier kann man was abbauen. Warte mal. Oh, Pixels. Was ist das denn? What ist das? Ich kann das abbauen. Warte mal. Da hinten ist so ein Vieh. Kann ich auf... 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 Monster. Some funny looking person. Wääh, siehs weg! Funny looking... Mann, dat is Affenmensch hier. Ja. Please put that... Put that array. Was? Was? Was hat er? Put... Put that array. Guck mal, Haus! You're scaring everyone. Put it array. I said. Was heißt das? Du willst es weglegen. Du ärgst irgendeine Angst ein. Achso. Big A will find a way to punish you if you make trouble. Cool. Guck mal. Warte mal. Du hast mit dem geredet. Nee, der hat sagt, der hat automatisch gesagt. Wollt ihr mich ausrauben, die Fotzen? Nee, warte mal. Lass mal. Pst, behind every clock is a camera. Careful. Ey, Mann, ich will die hier ausrauben, die scheiß Affenmenschen, ne? Guck mal. Die haben das Leben nicht verd... Ey, die sind voll... Ich geh die jetzt töten. Wirklich? Ja, lass die killen gehen. Nein, ich tu mal... Nee, ich machs nicht. Ey, Arschloch. Stirbst du jetzt, ne? Nee. Ich geh den hier draußen legen. Weißt du, ich hab ne OP-Waffe, ne? Kannst du echt legen, ja? Ey, die droppen 100 Pixel. Oh Gott. Komm mal raus da. Helf mal mit hier klatschen. Ich bin schon oben rausgegangen. Ja. So, der nächste Monkey ist tot. Los, beute die Affen aus. Schennen ihre Frauen und vergewaltige die Kinder. Wieso denn? Andersrum wär doch besser. Die Kinder-Schen... Oh, scheiße. Ich hab die... Wo ist die Fotze? Boah. Nein, gib mir ne Waffe! Was hat der letztes Drop, alter? Oh! Willste ne Speer haben? Ist es wirklich getötet? Ja. Ich hab ne Speer. Oh, Mitchell. Ich hab ne Speer für dich. Ein Dreizack. Dann bist du Triton. Der König der Meere. Wow! Was denn? Da oben ist schon ein Mongo, den wollte ich besiegen. Da hab ich hier Eis... Komm mal her. Komm mal her hier. Ich hab ne Waffe für dich. Was? Ich hab drei... Gib mal her. Hier. Was ist das? Wie viel Damage macht der? 14. Gib mal her! Ja, da. Bitter. Oh Mann! Bitter. Okay, wir gehen die... Wir gehen die... Wir gehen die jetzt... Wir gehen die jetzt ausrauben. Ich bin deiner Meinung. Wir gehen die Gins transmissochen. Wir gehen die